hallo liebe youtuber herzlich willkommen in meinem neuen video es geht heute um weihnachtssterne ganz viel wissenswertes zum thema weihnachtsstern und mal was ganz neues was ihr vermutlich noch gar nicht kennt so hier ist ein langer stil und hier ist eine wundervolle blüte von einem weihnachtsstern und das im schnitt ja das ist das eine thema das ist mein eigentliches video thema und dann gibt es noch mal tolle infos zu den christrosen weil das feedback war ja unglaublich aber jetzt bleibt mal dran nach der intro kommen die ganzen infos also ich habe ja ganz ehrlich überhaupt nicht mit so einem tollen feedback von euch gerechnet und ich muss sagen wahnsinn also ich habe diese diese schönen diese christrosen diese drei ports ja die sind die kunststoff und seitlich diese flechtung die flechtung die ist ja auch sehr sehr stabil und die verbittert auch nicht so schnell und ich habe auch gesagt dass man auf jeden fall löcher bohren sollte und ich bin dann am telefon von einigen gefragt worden die haben mich natürlich angerufen und haben alles mögliche wissen wollen ja ja auch es ganz herrlich ja auch da die 80 sind haben angerufen sage ich hätte gern dass das das ja lieben gruß an die christa weil es kamen welche entladen und ich habe dann so viel erklärt am telefon dass ich gesagt habe jetzt gibt es im nächsten video noch mal einen kleinen exkurs zu der christrose weil da waren doch so viele fragen also central port hat ja unten den kunststoff und man nimmt mit dem die bohrmaschine einen ganz dünnen bohrer war wenn der bohrer zu dick ist dann springt kunststoff leider öfters und deswegen also ganz dünner bohrer einfach ein paar löcher machen und ich hatte mit diesen hydro kultur kugeln gemacht rein und dann einen stoff drüber wichtig ist dass sich die erde nicht mit der mit der drainage mischt und die drainage also da kann man einfach einen ton topf nehmen den man hat bisschen klein klopfen ja mit dem hämmerchen in stücke und und dann rein machen und also nicht viel was ist ja die funktion der drainage ist natürlich dass die erde die löcher nicht verstopfen kann ja und wenn man das dann alles macht und die christrose da drauf pflanzt mit einem schönen gießrand und ich hatte auch anfang der woche so viel zu tun es hat mich total gefreut also vielen 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 dank für dieses wahnsinnige feedback und ich sage ich hätte gar nicht damit gerechnet ich war total überrascht dieser tripod hat 39 zentimeter ja und den versende ich für 32 euro wurde ich also öfters gefragt und wenn man den dann schön bepflanzt dann entsteht natürlich so was tolles unsere christrose die wir auch das letzte mal im video hatten ist eigentlich nicht viel aufwand das sind einfach ein paar zweige drin sowohl seiten also kiefer hier hatte ich so eine bergkiefer so ein bisschen gröbere kiefer konifere ein bisschen mühlenbeckia reden die haben sich auch manche schicken lassen mühlenbeckia zeige ich euch mal was das ist ein stück ich glaube so ein ganzes stück wollt ihr nicht unbedingt so sieht es dann aus am stück das ist mühlenbeckia das ist also eine rebe und die ist verkleidet so wunderschön dem rand ja und und dann ach ja und dann waren da noch die zapfen und kugeln habt ihr wahrscheinlich selber ja zu den zapfen also ich habe ich jetzt nur eine schöne große kugel rein gemacht die kann man nach weihnachten raus machen und dann bleibt es den ganzen winter toll und ja hier sieht man auch so schön ist also diese dieser tripod mit den gebohrten löchern und aufgrund aufgrund der großen nachfrage habe ich mich auch wieder bewaffnet mit zapfen und ich habe wieder ich habe wieder hier zwei kisten also ist alles da diese wunderschönen strohbus zapfen die so dekorativ sind wenn jemand jetzt sagt das ist aber ganz schön groß was der was du da machst man kann sich das natürlich auch immer kleiner gestalten und eine nummer kleiner geht natürlich auch wenn man sich so einen korb nimmt ja und das ist jetzt also ein bisschen knuffig rund der mit den henkeln also es ist ja immer hübsch und wenn man den dann bestimmt und meine mädels haben das jetzt gemacht also das ist jetzt nicht mal gepflanzt sondern da ist jetzt ein schöner christ rosentopf einfach nur reingestellt das ist ein topf der hat etwa so ein durchmesser und ist so hoch und erst mal reingestellt und ausgesteckt aber den haben sie nicht mal gepflanzt ja weil vielleicht sagt ein kunde ich will die christrose so ja und dann macht es also so eine irre wirkung so ein moment ich muss mal den weihnachtsstern einer hat auch gesagt der weihnachtsstern stört ja im letzten video stand ja ein bisschen zu nah heute fand ich die eigentlich ganz schön als kulisse und habe die einfach mal links und rechts gestellt weil manchmal muss ich auch ein bisschen was verdecken was wir hier hinten haben man muss nicht gerade jeden eimer sehen und dann finde ich das schöner wenn ihr auf den weihnachtsstern guckt ja und das ist also dieser kleinere korb der ist also auch sehr hübsch und war man weil weinranken den jetzt eigentlich erschlagen würden und das habe ich auch eine dame im telefon gesagt man kann einfach efeuranken nehmen blättert macht die blätter ab und hat dann auch diese schönen ja diese schöne ratzschönen ranken die hier drum herum gehen und die machen auch einen tollen charakter und sind natürlich für den korb der nummer kleiner ist ein bisschen feiner jetzt haben einige zu mir sagt margit ich bekomme nicht so eine große schöne große christrose bei mir also waren wirklich einige echt verzweifelt und ja also wir sind tatsächlich im großmarkt frankfurt sehr gut sortiert und ich bin sehr dankbar dass wir diese anbieter alle haben und wenn ihr nicht so eine große christrose bekommt weil die ist natürlich jetzt auch schon echt üppig ja und wenn ich die andere daneben macht die andere ist natürlich noch noch größer ja dies also schon echt der knaller dann könnt ihr einfach zwei jahr zwei bis drei kleinere christrosen auch zusammenpflanzen weil das ist jetzt natürlich schon echt riesig was da alles drin ist und was da an blüten empor kommt das ist schon echter hammer das gebe ich zu also dann könnt ihr einfach gruppieren ich mache das oft mit anderen blumen auch zum beispiel mit hortensien oder wenn man drei gruppiert dann sieht es auch wieder aus wie ein größeres ganzes arrangement und ihr nehmt einfach zwei und macht davor eine schöne kugel oder pflanzt noch nennen ich sag mal wie so eine grüne erika rein so dass ihr einfach so eine schöne gruppierung hat und dann macht es auch eine super wirkung aber ja es war mir ehrlich nicht bewusst dass es so schwer ist solche großen christrosen zu bekommen also ich drücke euch die daumen ich kann die christrose leider nicht versenden ich kann leider leider wirklich nur die zutaten für dieses schöne arrangement versenden aber leider geht es nicht mit der christrose es tut mir leid würde ich gern aber die ist einfach zu empfindlich dafür und die wird dann kaputt gehen das ist echt schade ja also soviel zum thema christrosen das wollte ich euch auch als kleinen nachtrag liefern und bei mir zu hause muss auch jedes jahr sowas stehen auf meiner meiner terrasse wo ich wirklich von der küche und vom wohnzimmer raus gucke und ich liebe sie und ich habe natürlich zu hause auch die lichterkette mit timer drin und immer wenn ich ja wenn ich dann haben kommen 18 bis 24 uhr ist die an die lichterkette ich brauche nicht extra raus ich brauche sie nicht ausmachen ich finde es toll ja lichterketten habe ich auch noch noch habe bin ich ganz gut bestückt aber ich glaube zum ende des jahres werden sie auch mal zur neige gehen versendet natürlich auch ich schreibe euch einfach noch mal alles in die kommentare rein und falls ihr wünsche habt meldet euch einfach ich bin immer bemüht sie zu erfüllen ich habe auch adventsgrenze versendet und zapfengrenze ganz liebe grüße nach münchen liebe ingrid haben uns total gefreut über dein feedback und es war wirklich schön und der zapfenkranz hat sensationell in dein wohnzimmer gepasst ja dann zeige ich euch zwischendurch mal ein ganz tolles werkstück was wir heute gemacht haben da blende ich euch mal fotos ein das ist das war unglaublich schön ja was dann so aus aus diesen vielen blüten mit dieser fülle entstanden ist das ist jetzt heute aus dem haus gegangen war ich hoffe den leuten gefällt es aber ich also wir waren begeistert ja und dann komme ich zum thema des tages das sind tatsächlich die weihnachtssterne ja jeder kennt also die weihnachtssterne die ja tatsächlich eigentlich aus mexiko kommen das ist jetzt nicht so nachhaltig und regional also meistens haben die doch ziemlich lange transportwege aber bei uns gibt es das ist jetzt auch wieder so eine regionale geschichte regional nachhaltig wir wir haben tatsächlich einen ganz tollen gärtner der ist bei uns in der region ist in bad hamburg bei frankfurt das ist die gärtnerei pippert wollte ich einfach mal lobend erwähnen weil es gibt wir haben so tolle pflanzen von dieser gärtnerei und es ist einfach schön wenn jemand so tolle produkte macht und dann muss man das auch so sagen ja und dieser weihnachtsstand ist natürlich auch von der gärtnerei was wollen weihnachtssterne die wollen gern hell aber die wollen keine direkte sonne die wollen keine zugluft aber die sollten tatsächlich maximal ein meter vom fenster weg stehen ja weil die weil die eben diese helligkeit wollen bei weihnachtsstern ist auch wichtig die soll nicht zu feucht gehalten werden und beim gießen nehmen wir immer ein bisschen abgestandenes wasser mit raumtemperatur also das wasser auch nicht so eisig kalt aus dem haaren gleich ja die wollen nicht im wasser stehen also ist ein bisschen empfindlich aber wenn man so einige pflege tipps beachtet ja dann kann man wirklich lang freude daran haben mit diesen hübschen pflanzen und das ist auch so ein prachtexemplar hat gestern ein kunde hat seinen seinen ganzen ein selbstständiger hat seinen ganzen kunden weihnachtssterne die hat mir eingefilzt geschenkt und daran dann 20 weihnachtssterne in dem kofferraum es war ein rotes meer das war der hammer ich habe leider kein foto gemacht schade weil es war ein ganz toller anblick ja was wollen weihnachtsstern noch sie wollen keine heizungsluft also nicht direkt über der heizung stehen und sie hätten auch gar nicht unter 10 grad ja und wie geht es jetzt dass so ein weihnachtsstern nachhaltig und regional ist also unser badhomburger gärtner da wird da werden die gewächshäuser mit hackschnitzeln geheizt also haben sich sehr viel gedanken gemacht über und das auch toll umgesetzt für die umwelt und das heißt das ist keine ja keine heizung wie wir es in unseren häusern haben mit mit anderen energien sondern mit hackschnitzeln und die haben also diese weihnachtssterne im schnitt ja das sind diese diese von sättchen blüten die haben also eine sehr sehr lange haltbarkeit und die sind jetzt natürlich perfekt geeignet für einen wunderschönen strauß den ich auch den ich euch auch machen und zeigen wollte ich habe jetzt drei von diesen tollen blüten und man ja mein gedanke ist dass ich dass ich einen strauß in mit diesen weihnachtssternen mit einem ganz interessanten grün ja dass auch dieses diese rötliche farbe von den weihnachtssternen widerspiegelt mit nordmann zweigen mit pistazie bis ohne pistazie ist ja hier auch dieses schöne gefächerte grün dann wollte ich noch gern rosen rein binden rosen und ich mache immer blätter ab ja immer blätter das ist eine rose das ist die brichitte bardot schöner name toll wenn man eine rosensorte nach einem benannt wird ist natürlich ganz außergewöhnlich dann habe ich noch eine cupflora ja dieses diese schönen blüten die sehen fast aus wie gewachst und so so haltbar lassen sich also für viele sehr gut verwenden durch ihre lange haltbarkeit und dann habe ich noch eine auch kleine blüten für mein strauß das ist eine polyantharose mit ihren kleinen schönen blüten ja wie immer beginne ich mal indem ich ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet indem ich grün ihr habt blätter abzupfen und ich möchte ja nie blätter also in meiner bindestelle haben das heißt ich mache immer alles was alle blätter die jetzt im bereich meiner hand sind die mache ich natürlich ab von den von den stielen binde dazwischen immer ein bisschen grün dass ich mein strauß fächern kann und habe auch immer einen so einen lockeren griff ja es gibt auch noch ein video von mir das heißt blumen strauß binden für einsteiger ich glaube das ist ein video das auch unglaublich oft geguckt wurde das hat auch viele 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 tausend aufrufe und es ist auch immer wieder gut und ich glaube wenn man ja wenn man umgeübt ist es einfach gut ist zu üben und als ich meine praktikumsstelle angetreten hat meine erste da habe ich sträuße binden habe ich habe ich tatsächlich geübt und das ist kein ulk mit diesen schönen holzstäben diese splittstäbe ja da kann man tatsächlich in der spirale binden üben oder man nimmt sich einfach äste wenn man die die blüten ja mit denen man die wenn man die blüten nicht verletzen will also da kann man üben ohne dass was kaputt geht und das ist die sind das ist ja die beste lehre die man eigentlich machen kann so ich versuche natürlich von der anordnung her immer dass jetzt die die dominanten blüten also meine großen blüten dass ich die auch so anordnen dass die schön verteilt sind weil das nimmt das auge am meisten war das sind natürlich die größten blüten und die anderen sind ja kuscheln sich so kuscheln sich darum herum schön sichtbar für das auge natürlich aber die nord dominanten blüten die wirken natürlich am meistens so hier habe ich noch eine pistazie die so ein bisschen raus guckt und es ist schon immer wichtig im strauß dass die blüten höher sind als das oder ja besser mehr wirken als das grün weil wenn jemand anfängt sträuße zu binden dann kommt es manchmal vor dass die dass das grün so hoch steht und das ist nicht schön wenn das dann so raus ja raus buschelt es sei denn es ist so eine schöne eukalyptus spitze zum beispiel das kann man dann auch mal raus gucken lassen aber ansonsten würde ich schon gucken so ich mache mir immer die nadeln ab ansonsten sollen schon auf jeden fall die blüten am meisten sichtbar seien und das grün ist ja nur ein paar ein beiwahl für die blüten es ist also doch immer recht aufwendig wenn man dieses nadelgrün ja wenn man das abnadel dass keine dass da nicht so viel im wasser ist und man sollte eigentlich sollte man das vor dem binden machen ich muss ehrlich gestehen ich dachte mein grün reicht mir und jetzt habe ich dann doch beim binden festgestellt dass es mir nicht ganz reicht und ich finde es auch sehr schön wenn das jetzt hier so eine mischung ist aus aus tanne und seiten kiefer bei der seiten kiefer da gehen die nadeln einfacher ab und das die kann ich dann aber mit mit zwei fingern abstreifen ja so jetzt habe ich also sehr schön um den strauß herum sowohl nordmann als auch seiten kiefer gelegt und man könnte theoretisch können wir uns auch so lassen ich finde dass der strauß gestalterisch immer noch ein bisschen kompletter aussieht wenn man eine aralie drum herum legt und also die kunden kaufen es auch lieber es macht den strauß ein bisschen wertiger und deswegen habe ich mich gerade entschlossen ich habe das ausprobiert was sieht besser aus mit oder ohne und da ich den strauß gerne in den laden stellen wollte letztendlich könnt ihr das ja handhaben wie ihr das wollt habe ich mich entschlossen den strauß mit aralie rundherum anzubieten oder man kann auch kirschlorbeer von zu hause nehmen aus dem garten ja der treibt ja auch sehr sehr schön aber ich lege das jetzt mal drum herum und dann finde ich ist das jetzt schon ein sehr ja ein retter strauß und der hat auch der ist mit frischblumen aber hat doch einen vorweihnachtlichen charakter durch diese wunderschönen weihnachtssterne im schnitz besonders ist die haben eine haltbarkeit von bis zu zwei wochen ist also ich toll außergewöhnlich und es ist jetzt also eine ein regional ja regional gekauft nachhaltig durch die heizung durch durch die gewächshäuser die mit mit diesen hackschnitzeln geheizt werden ja und und hält lange also sind jeder hinsicht muss ich sagen sind tolle blüten die ich dafür jetzt genommen habe und ja das ist jetzt mein strauß und ich ja ich freue mich jetzt dass ich euch den zeigen konnte ich bin auch gespannt was ihr dazu schreibt oder was ihr dazu sagt ich finde es eine wunderschöne blüte jetzt auch die weihnachtszeit ja ich sag jetzt wieder mal ich freue mich dass ihr dabei war dem video freue mich dass ihr zugeguckt habt ich zeige euch das mal und ich würde sagen den würde ich auch geschenkt nehmen den würde ich mir sehr gern hinstellen also dann macht's gut ich wünsche euch viel freude beim binden eure weihnachtlichen sträuße und beim verschenken und wie immer bei den vielen arbeiten sagen ja ganz viele margit ich habe schon ganz viel von dir gelernt das finde ich total klasse und ich freue mich immer und ich freue mich auch wenn ihr wenn ich euch so viele dinge zeigt die ihr einfach für euch auch gut nachmachen könnt und nicht so ich sage jetzt mal nicht so abgehoben sondern sachen die einfach jedermann gern macht und genauso ja genauso soll es sein und einfach praktische dinge und jemand mit freude wo man sagt ach das mache ich mir selber auch mal vielleicht findet ihr ja sogar auch weihnachtssterne im schnitt und wenn ihr keine findet es lohnt sich mal wieder das video bis zum schluss anzugucken könnt ihr auch die weihnachtssterne im topf abschneiden ja und können die auch in sträuße rein binden auch das geht und das ist auch sehr sehr dekorativ aber für heute sage ich jetzt mal alles liebe und bis zum nächsten video und ich freue mich dass ihr dabei wart alles liebe von margit tschüss und bis zum nächsten video und bis zum nächsten video und bis zum nächsten video